So. Ja, wir sind ready. Bip, 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 bip. Darf man das überhaupt noch sagen? Nein, das darf man nicht sagen. Was ist das Close-Up von Karen Zett aus USB? Close-Up bedeutet, dass ein Ort, der für eine festgeleite Zeit cool war, zugeht und dann wieder uncool ist. Das Close-Up ist quasi das Gegenteil von einem Pop-Up. Ha! Close-Up, wie es auf Englisch schon sagt, ist eine Nachaufnahme mit der Kamera. Komm du ein bisschen näher. Immer nicht.